Die Notaufnahmen der Elbland-Kliniken spielen bei der Sicherstellung der notfallmedizinischen Versorgung im Landkreis eine zentrale Rolle. Seit dem 1. Oktober 2022 ist Dr. Med. Thomas Peschel Chefarzt des Elbland-Kliniken-Notfallzentrums. Gemeinsam mit seinem Team arbeitet er seitdem am weiteren Ausbau und der konzernweiten Etablierung des Notfallzentrums. Es geht darum, zu dieser vertikalen Einheit, ich habe ein Krankenhaus und eine dazugehörige Notaufnahme, Strukturen zu schaffen, die die Prozesse zum Beispiel in den Notaufnahmen angleichen. Beispiel, wir haben jetzt in allen drei Notaufnahmen die gleiche Software, die die ganzen Patientendaten aufnimmt. Wir schätzen mit dem gleichen System die Patienten ein, nach ihrer Behandlungsdringlichkeit und wir dokumentieren in genau demselben Modul. Und das macht es möglich, vielleicht Patienten auch nicht mit Brief in ein anderes Krankenhaus zu verlegen, sondern vielleicht elektronisch die Daten mal später zu überspielen. Und wir können zum Beispiel Patientenzahlen sehr gut vergleichen, weil wir eben dieselbe Datenbasis haben. Bei der Leitung der Notaufnahmen wird Chefarzt Dr. Peschel von den leitenden Oberärzten an den einzelnen Standorten unterstützt. Ein Beispiel für die horizontale, also standortübergreifende Zusammenarbeit ist das gemeinsame Simulationstraining. Also es gibt ja gewisse Kernprozesse, die trainiert werden müssen. Beispielsweise, wenn ein schwer verletzter, schwer erkrankter Patient in den Schockraum kommt, arbeitet er dort immer ein Team. Und diese Arbeit im Team, die trainieren wir in einem Simulationszentrum ohne einen echten Patienten. Da gibt es vorgeschriebene zertifizierte Kurse. Wir haben jetzt über vier Jahre in Meißen dieses Simulationszentrum aufgebaut. Und jetzt sind wir dabei horizontal. Wir üben mit den Kollegen aus allen drei Akuthäusern zusammen, mit Ärzten, mit Pflegekräften und jetzt seit einem Jahr auch mit Kollegen vom Rettungsdienst, um die Brücken, die es doch an Schnittstellen immer gibt, kleiner werden zu lassen und die Berührungsängste auch zu verringern. Es sind zwei Tageskurse mit jeweils sechs oder sieben Teilnehmern, wo man dann sieht, dass die sechs Leute wirklich zu einem richtigen Team zusammenschweißen, zusammenfinden. Und der Vorteil davon ist, dass man sich innerhalb der Häuser kennenlernt, dass man einen gleichen Standard bei der Patientenbehandlung anwendet und eben doch besser kommuniziert miteinander. Neben Meißen und Radebeul soll perspektivisch auch die Integration der Notfallaufnahme Riesa erfolgen. Für die Zukunft des Elblandklinik-Notfallzentrums hat Dr. Peschel eine klare Vision. Mein Traum von einem Notfallzentrum ist halt eine Struktur, die wirklich neben den Bedürfnissen der Krankenhäuser halt auch auf die Bedürfnisse der anderen Notaufnahmen mitschaut. Es wird so sein, dass wir dieses Projekt also nie zu Ende führen können. Es wird immer wieder neue Dinge geben, die wir anpassen. Aber wir haben den ersten Schritt schon gemacht. Wir haben diese gleiche Notaufnahmesoftware. Wir trainieren Notfälle zusammen. Das wird dazu führen, dass wir gemeinsame Standards etablieren an den Kernkompetenzen der Notaufnahme. Wir triagieren oder schätzen nach dem gleichen System jetzt schon ein. Später wird dazu kommen, dass wir die Patienten zielgerichteter den Krankenhäusern zuweisen. Das werden wir zusammen mit dem Rettungsdienst machen müssen. Ist ja jetzt eigentlich schon so für die Neurologie zum Beispiel, dass alle neurologischen Patienten halt in ein Krankenhaus kommen. Ich denke, dass dieser Trend sich für die anderen Fahrabteilungen noch mit fortsetzen wird. Ich möchte gerne, dass wir gegenseitig lernen von Dingen, die wir gut machen. Und auch gegenseitig lernen von Dingen, die wir halt nicht so gut machen, um die zu vermeiden. Ich möchte gerne eine Ausbildung, die übergreifend auf alle drei Standorte sich erstreckt, nach gleichen Standards. Und ich möchte halt mehr Kollegialität in einem großen Team-Notaufnahme mit den gleichen Zielen, den gleichen Ansprüchen und auch in der täglichen Arbeit den gleichen Standards. Und das ist ein extrem hoher Anspruch, der gilt für mich, der gilt auch für meine Mitarbeiter. Aber wenn wir das mal umsetzen könnten, das wäre schon so etwas wie eine Erfüllung eines Traums.